Aktuell finden sich in vielen Chart-Hits Teile einer neuen Musikrichtung wieder, die sich Dubstep nennt. Merkmal dieser Musikrichtung ist unter anderem die sehr basslastige Bassline. Was es genau damit auf sich hat, erklärt euch jetzt Philipp Kessel. Dubstep kamen die Jahrtausendwende in London auf. Zu Beginn war es nur eine Strömung, die sich 2003 zu einer eigenen Musikrichtung entwickelte. Bekannt wurde sie erst, als 2006 die BBC über die neuartigen und ungewohnten Klänge berichtete. Die Elemente des Two-Step, Drum & Bass und Garage bildeten den Grundstein für die aufkeimende Musikrichtung, die sich als sehr anpassungsfähig erwies und schnell weitere Einflüsse wie Elektro-, Hip-Hop- und Reggae aufnahm. Hören wir uns mal ein klassisches Beispiel an. Das war Rocksonics mit Music in Me. Die starke Betonung des rhythmischen Bass und die für Dubstep typische spektakuläre Klangveränderung der Lead-Bassline sind deutlich zu hören. Auch die Geschwindigkeit beträgt die üblichen 140 Beats per Minute. Einige Dubstep-Lieder haben durch die Verwendung von Bessen außerhalb des Hörvermögens eine gezielte physische Wirkung. Auch legen einige Künstler in ihren Liedern mehr Betonung auf die Melodie, wie zum Beispiel der kürzlich mit drei Grammys ausgezeichnete Skrillex in seinem Song Scary Monsters and Nice Prides. Dubstep lässt sich auch mit anderen Musikrichtungen wie dem New Metal kombinieren, was ihm einen komplett neuen Charakter verschafft. Die Zusammenarbeit von Skrillex und Korn, den Mitbegründern des New Metals, brachte ein interessantes Ergebnis hervor. Doch auch ein Remix von Rodericks, die Bob Marley-Song Jammin mit einer Bassline unterlegten und somit die Verbindung zum Dubstep herstellten, zeigt, wie leicht sich Dubstep mit anderen Genres verbinden lässt. Dubstep Hier zum Abschluss das Hörbeispiel.